Die 19. Verleihung der US-amerikanischen Screen Actors Guild Awards, die die Screen Actors Guild jedes Jahr in den Bereichen Film und Fernsehen vergibt, fand am 27. Januar 2013 im Los Angeles Shrinexpositionscenter statt. Die sogenannten Sack Awards-Seren im Gegensatz beispielsweise zum Golden Globe Award nur Film, Fernseh- und Ensemble-Schauspieler und gelten als Gradmesser für die bevorstehende Oscar-Verleihung. Gekürt wurden die Sieger von den Mitgliedern der Screen Actors Guild, der man angehören muss, um in den Vereinigten Staaten als Schauspieler zu arbeiten. Die Nominierten waren am 12. Dezember 2012 im Los Angeles Pacific Design Center S Silver Screen Theater von den Schauspielern Bissi Phillips und Tye Addix bekannt gegeben worden. In den Vereinigten Staaten wurde die Verleihung von den Kabelsendern TNT und TBS gezeigt. Für sein Lebenswerk wurde der US-amerikanische Schauspieler Dick Van Dyke gewürdigt. Gewinner und Nominierte im Bereich Film Les Miserables Gewinner und Nominierte im Bereich Fernsehen Louis C. K., Ben Feldmann, J. R., Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Chris Bretton, Clark Juk, Jenna Fischer, Kate Flanery, Ed Helms, Mindy Kaling, Ellie Kemper, Angela Kinsey, John Krasinski, Jake Lacey, Paul Lieb, Erstein, B. Sons of Anarchy-Preis für das Lebenswerk. Dick Van Dyke